Moin Leute, hier zurück bei Wolfenstein 2. Ja, und jetzt hier ein bisschen der Ausmerzer, oder Ausmerzer eher gesagt, hier sieht man es. Ja, mal schauen, was ich hier so gleich erlebe. Hier wird schon geschossen. Ja, man sollte vielleicht nicht zu lange warten. Nice. Sehr gut. Guter Anfang. Ja, Fales fang gleich schon am Anfang an. Ich wollte eigentlich noch kurz was sagen und dann geht es direkt los und die Brücke bricht ab da. Und, ja. Ja, gut. Also ich muss nach vorne auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich noch mit dem Urlaub... Lauf! Hä? Ich probiere es nochmal so. Hä? Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Also echt, jetzt lass es einfach laufen, damit man sieht, wie doof das ab und zu ist. Das sind einige Sperrpunkte. Also... Lauf! Brücke bricht weg und das war's. Oder was? So, jetzt... No! Nach in der anderen Richtung. Warte, William! Ja, nice. Okay, also... Was auch immer du tust, William. Ich folge dir. Alles klar. Ja, lustige Sache. Ich dachte, ich müsste vorne weiter. Schön failed. So, überall. Und, ist er... Ich holge dich, und duuck. Jetzt kommt mal eine schwangere Frau hier noch mit, oder was? Es gibt drei Odin-Leitstände auf dem Ausmerzach. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugen-Leitstand, die Backbord-Verteidigung, der Munen-Leitstand, die Steuerbord-Verteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Chef selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugen-Leitstand öffnet. Gefunden. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. William, such den Hugen-Leitstand und deaktiviere die Backbord-Verteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Okay, deaktiviere die Backbord-Verteidigung. Backbord war Backbord rechts und Steuerbord links. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Naja, aber läuft schon mal. Kann ja schon mal ein bisschen speichern hier. Wie gesagt, der Anfang war natürlich richtig fail, aber passiert halt. Kann ich nicht ändern. Kann ich nicht ändern. Kann ich die eigentlich noch trennen hier. Warte mal. Ne, vielleicht nicht. Gehen wir hier noch ein bisschen durch die Gegend hier. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet, also kann man so nehmen. War es gerade auch ein Gegner oder war es meine Frau hier? Nein, falsch genug gedrückt. War es gerade auch ein Gegner. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe ganz schön viel Money gebraucht dafür alles hier, aber war ganz nice. Ich muss das hoch und die aufgeladen wieder mit Money. Ich brauche Money. Gibt es nicht. Shit. Mist. Ich habe gesagt, ihr wisst ja, ne, speichern vor so winden, anders geht es nicht. Okay. So, wir müssen ja gucken, wo ich hin muss. Okay, ich bin schon vorbeigelatscht. Ich habe mich gerade so ein bisschen verjagt. Außer Betrieb. Na, sauber. Verschlossen. Hey, ich will durch. Oh. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt bin. Keine Ahnung, wo ich bin, aber macht ja nichts. Irgendwann noch ein Weg, glaube ich. Okay. Gut, da geht es nicht weiter. Oh, hier ist eine dicke Rüstung noch. Ja, gut. Okay, für Rüstung holen hier ist ganz gut. So, ich speichere trotzdem nochmal, falls da irgendwas schief geht, ne. Also, immer, das war ich ja nicht vergessen. Wo geht es denn hier weiter? Ah, hier komme ich doch. Oh, kein Sinn. Wegweiser hätte ich gerne. Da ist meine Frau. William, geh durch diese Tür. Such den Hugin-Leitstand. Ich bleibe hier und suche nach einem Weg zu den anderen Bereichen des Schiffs. Hugin-Leitstand. Ich bin da jetzt übersehen, verdammt. Backbohr-Luftschleuse. So richtig hier. Was wollen die denn? Ach, ich bin so geil, hab's nicht gesehen. Sorry dafür. Steuerung, bitte, lass mich jetzt nicht im Stich. Ich muss mal eben, leider eben kurz mal hier was zu machen. So. Ich sehe überhaupt nichts hier. Die Sonne bleibt gerade. Also nicht hier im Spiel, sondern real life. Ich sehe gar nichts. Okay. Gut, hier sind wir schon mal richtig. Das ist ein Fensterschartensvorgang gesehen, ey. Die falsche Waffe. Wo ist denn meine Sniper? Außer Betrieb, alles außer Betrieb, alles klar. Das ist ein Fensterchartensvorgang. Wo ist er? Oh. Okay. Halloaa. Tür. goingk Shit. Jarosz. War effects. jetzt noch nicht aus so ich hätte jetzt gerne mal einen Sniper wieder da habe ich die Sniper genommen ok wieso kann ich sie auf die rechte Seite nicht mehr nehmen das ist die falsche Waffe das muss jemand verstehen echt jetzt ich habe keine Muni mehr könnte ich auch sein ja ja So, das geht mir gerade ein bisschen auf den Zeiger. Ich speiere trotzdem meinem ab von einem anderen Speicherstand und dann gehe ich da meinem raus. Aber irgendwas ist hier nicht so, wie es sein soll. Wie gesagt, ich wollte eigentlich die beiden Snifers reinnehmen, aber irgendwie geht das gerade nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich sehe es gerade nicht. Boah, kein guter Spieler hier in Wolfenstein, aber gut, passiert. Oh, jetzt bin ich einfach im Kreis gelaufen. Gut, da geht es schon mal nicht lang. Wie ihr seht, hat die Waffe null Durchschlagskraft, dieses blöde Kackding. Ungelogen, wie blöd, ey. Da habe ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir auf den Zeiger. Okay, jetzt habe ich es auf einmal wieder. Jetzt geht es auf einmal wieder, alles klar. Ich habe keine Energie mehr. Vielleicht tot. Nicht gleich und wie. Soll ich weiß noch was, Muni, beziehungsweise Muni, wo alles? Muni, hell ist alles. Mal kurz rumgucken hier. Nichts mehr hier. 20 hell ist es nur noch. Wollt von mir. Nur weil die Waffen einige überhaupt keine Durchschlagskraft haben. Also die Waffen, die ich gerade trage, obwohl die MG jetzt auch wieder nicht die richtige. Mann, Mann, Mann. Tja. Stehe da, konnte ich nicht sehen. Wie gesagt, es blendet hier gerade extrem auf dem Monitor. Ich bin auch gerade mega abgenervt. Wieso kann ich meine Snipers nicht reinnehmen? Was ist denn los? Egal. Weil da geht es hier. So, aber andere Waffen rein, das kriege ich hier die Krise, ey. Komm, zeig dir jetzt endlich mal. So, komm, alle hier. Guck mal, was der aushält. Wir rotzen da so eine Schrotscheiße ins Gesicht und was passiert? Nichts. Mann, 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 Mann. Eigentlich wollte ich mich ja nicht mal aufregen über das Spiel, aber geht nicht anders. Jetzt bräuchte ich das Ding auch nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Was ist immer noch nicht die Snipers? Ach, Mann. Egal. Machen wir erstmal weiter. Ich wäre so optimal zwar, aber es lief irgendwie. Mal sehen. V. A. L. H. A. L. 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 Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Äh. Will ich da raus? Ich glaube nicht. Hier schon so eine Waffe liegt, da rennen die ganz viele Leute rum. Aber was hat die aus? Es ist schön, dass sie eine Rüstung haben und so, aber es ist ja voll unfair. Ich glaube nicht. Ich weiß, weil sie eine R sidemacht wird. Oh mein Gott. Woah. Alter, waren es jetzt alle? Oh, nee. Oh, Alter. Das war knapp. Das war echt knapp. Alles weggeschossen hier. Alle liegen sich hier auf den... Auf den Treppen. Auf den Stufen, würde ich nicht sagen. Ich habe den Schwein gehabt. Aber keine Energie. Keine Energie. Das ist gar nicht gut. Rüstung, ja. Keine Energie. Dann muss ich noch was mit in mir. Da ist ja bestimmt irgendwo noch was zum holen hier, oder? Da. Ach, das kann ich jetzt nicht. Geht nicht. Hm, geht nicht. Okay, geht nicht. Ich bin mir gerade unsicher, was ich machen soll. Das ist wohl die falsche. Aber wo ist denn hier auf der rechten Seite? Ich meine... Warte, ich muss langlaufen. So, das ist doch die Sniper. Stummgewehr. Stummgewehr. Keine Muni für. Alles klar. Okay, 100-100. Das ist schon mal wieder nice. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte. Oh, oh. Da ist alle. Wo ist die hin? Äh, wo ist die denn? Ich bin hier doch richtig. Ähm. Ist sie einfach schon? Nee. Ähm, ich weiß gerade nicht genau, was hier... wie dieser Fehler hier ist. Oder was? Na, konzentriert. Ja. Äh. Äh. Das wäre immer wieder lustig. Ich kehre zu Anja zurück. Ja. Da soll sie sein. Ist sie aber nicht. Ach, da steht noch einer. William, ich bin hier drin. William, spring in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich hab sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Okay. Machen wir das mal. Ah, Mann. Da muss man sich richtig konzentrieren hier. Ich liebe dich, William. Er ist obendrauf. Aha. Ja, okay. Jetzt musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Okay, mit den Waffenwaffen komme ich jetzt auch weit. Die Entfernung ist gerade nicht klar, okay. Keine Muniwilder. Das ist nicht so gut. Ich speichere mal eben. Ich bin so frei. Oh, da ist noch einer. Wie oft soll ich ihn noch anschieben? Okay. Das ist mir mal. Oh, dann hat er noch jemand Oh, da war noch einer Muni wird immer weniger, wie man sieht Ich habe fast gar nichts mehr Willi, ich nähere mich dem Odin-Hauptleitstand Wir treffen uns dort, wenn du die Steuerbotsverteidigung deaktiviert hast Na, wo seid ihr? Okay, das ist ein cooler Zeitpunkt zum Speichern, glaube ich 400 Kilowattstunden müssen erstmal was reichen So, wo soll ich hin? Irgendwo, okay Ja, hier habe ich ein komisches Gefühl Deswegen Speichern vor so hinten Wieso geht das nicht? Oh, guck in her Warte mal Warte mal Aufsprengen hier Noch jemand? Hier sieht es richtig aus Ah ja FAL FAL Ja, hier ist es Ja, hier ist es Ja, hier ist es Ja, hier ist es Noch jemand Kommt ruhig her Kommt ruhig her Ah, ich kann auch nicht mehr Sag das doch, diese Wechsel sind ja normalisch geholfen Oh 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 Ich hoffe mal, das war jetzt gut. Wo soll ich es gut klettern? Irgendwie einen Weg nach oben finden. Wo kann er denn sein? Da. Wo soll ich da jetzt da oben rankommen? Da. Joa. Geht Etappe für Etappe weiter, wie man sieht hier. Aber auch einige Fails. Und müssen wir halt konzentrieren. Oh, was ist hier los? Okay. Da kamen schon mal zwei, ich bin wieder zurück. Lass mich wieder zurück. Geht nicht. Das muss der Odin Hauptleitstand sein. Ich komme, Anja. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Dort stehen sie. So, okay. Die Sniper-Dinger hier, das ist echt immer das Gewehr. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier nicht mehr hab. Jetzt hat er den Einzelschuss reingemacht. Ich, Idiot. Okay, läuft. Der hat den falschen Feuermodus drinne. Sturmgewehr kann man auch in einen voll-domatischen Modus stellen. Gar nicht. Du bist gar nicht. Da war da noch irgendwo einer, wo ist der? Da. So, jetzt ist es mir viel einfacher. Weil hier sind einfach immer die beiden Waffen hier. Okay, im Schluss gedacht, ist jetzt so, weil der geht. Okay. Schön, dass du bald da bist, William. Da war ein Schweingab, das hier hochgegangen wird. Ich bleib mal kurz nochmal hier. So, waren das jetzt alle? Nein, sind es nicht. Kommt schon. So, jetzt spreche ich mal eben. Uiuiui. Mann, Mann, Mann. Ihr denkt, das Spiel ist einfach? Niemals. Ich spiele nur auf Mittel. Oh. Gepennt. Hier mal. Oh, das war hier. Jetzt hier. Ja, wunderschön. Hab ja gut gecleart. Besser als gedacht. Mal nochmal eine Axt mit. Kann man weiß mal nie, wovon man den noch braucht. Zum Abhaxen. Äh, Axten. Das ist der Ausmerzer. Schöne Schiff übrigens. Hier habe ich ein komisches Gefühl wieder. Wo kommt er denn her? Taktischer Rückzug ist immer wichtig. Ich wisse, von wo die schießen. Der ist ganz cool. Wo? Ja, toll. Jetzt kriege ich keine Amor mehr. Autschen. Hier. Wo schießt denn einer auf mich? Ich seh den Wupp nicht. Genau, ey. Geht's up! Das war schon mal wieder einigermaßen okay Aber da ist noch irgendwo einer Oh, da ist noch einer Vielleicht habe ich keine Muni mehr So, alles geklärt oder wieder was Muni, Muni, Muni Und leg Karte Das sieht doch schon mal ganz fein aus Gucken, was da ja alles noch irgendwie zukommt Ich ahne Böses Gegner werden mir hier gerade nicht angezeigt Und eine Rüstung, okay Was war das gerade? Muni, okay Oberes Hauptkanonendeck, okay Ja, cool Das Ding ist wieder da Das ist schon mal nett Das Ding ist nämlich lustig Soll ich mal raten? Kommt da ein riesen Muckel raus Und tschüss Oh, keine Energie mehr Mist, da kommt noch einer hier Oh, shit Laufen Lauf doch Wieso läuft so nicht? Oh, shit Oh Ja, okay Gut Gut, wie gesagt Da habe ich dann falsch den Angriff gewertet Leider ist sie hier mir reingeballert Das ist hier die Endphase Das wird nicht einfach Das wird wahrscheinlich auch länger dauern Naja Das wird keiner Da oben stehen Und ich habe hier auch nicht so viel Ja Schieß doch Das wird nicht so viel Das wird nicht so viel Boah, das ist gar nicht so einfach, Leute Gerade hart konzentrieren Aua, aua, aua Ich kann doch nicht mit dem Ding nicht richtig rennen Oh, da ist hier noch einer Ja Ja, das ist der Endfight Da kommen ja richtig viele Leute Und das Ding, was ich hier gerade benutze Ist gar nicht so gut, wie ich dachte Ja, wie mache ich das denn? Lass es erstmal laufen Ich glaube, ich lasse es nochmal laufen Müsste halt mit durch hier Kann ich nicht ändern, das ist der Endfight Da kommt auch so ein Viech, was auch so eine Waffe hat wie ich Wie gerade gesehen Und das ist der Endfight Das ist gar nicht so einfach Das ist gar nicht so einfach Nein, schieß doch schneller, du Arsch Schieß doch mal schneller Wo ist das Problem Krass, krass, krass Einfach nur krass Mein Gott Das dauert Das wird dauern Das wird dauern Die Waffe ist doch nicht so gut, wie ich dachte Egal, ich probiere es trotzdem weiter Letztes Mal Und dann werde ich hier cutten Und dann werde ich das nochmal separat aufnehmen Der Endfight hier Geht leider nicht anders Oh, der ist ja mega anstrengend Oh, der ist ja mega anstrengend Das fahr ich nochmal runter Ich spare hier nochmal kurz woanders Hmm Oh, komm, die nähe Oh, komm, die nähe Oh, komm, die nähe Oh, komm, die nähe Wo er mich rausschmeißt Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll gerade Weil ich bin gerade Hart konzentriert Es wird aber gerade nichts Das geht immer ein bisschen auf den Zeiger gerade Ja, das war jetzt auch gerade ein Fehl Das muss ich nochmal machen Ne, 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 ne So nicht So nicht Warte mal, was war denn das? Das da? Ja, ich habe leider jeden Fall schon aufgedrückt Aber die Waffe, die schießt Die muss halt erst laden Und schießt dann erst Das ist halt ein bisschen gekackt Um ehrlich zu sein Aber jetzt machen Was wird ich machen? Ne, was wird ich machen? Nein, nicht hier starten Das ist der falsche Beierpunkt Das ist jetzt der richtige hier Der hier? Ach, Mann, ey Tja, dann müsst ihr halt damit durch Ihr könnt auch vorspulen, wie gesagt Vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwie Sieht gerade nicht so gut aus, im Echt zu sein Das ist ja auch noch nicht so gut aus, im Echt zu sein Ich schieß da immer so langsam Das ist ein bisschen nett, wie ich jetzt Boah So, mit den Ressourcen Also mit den Jo, bin wieder tot Ja, ich finde das hier nochmal eben kurz alles Okay, auch rein Okay Gut zu wissen, was ich auch erkannt Das ist ein Schwerpunkt wert, ja, ne Das ist ein Schwerpunkt wert, ja, ne Das ist ein Schwerpunkt wert Ach, das geht nicht, Leute, das geht nicht. Das muss ich anders machen. Tut mir leid, ich werde jetzt hier die Aufnahme abbrechen. Das Ende seht ihr dann in einem anderen Bit. Wir sehen uns dann reingehauen. Tschüss.